Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo und ja, heute wollte ich euch einfach nur mal informieren, dass ich das nächste Community Zeichnen plane. Ich hoffe es ist mal, dass wir wieder wer werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Zeichnungen mir einschicken würdet über Instagram direkt Nachrichten. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du mir das einschickst. Und mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer schickt mir das bitte bis, ähm, sagen wir mal, 3 Uhr morgens ein, damit ich das noch bis morgen fertig bekommen kann. Ich möchte das nämlich noch vor, also das möchte ich das letztes Video dieses Jahr hier auf meinen Kanal lassen. Deswegen, ich bedanke mich für jede Zeichnung, die ihr mir einschickst. Ähm, ja, ihr könnt mir ruhig auch, äh, 2, 3 Zeichnungen einschicken, wenn ihr wollt, aber mir ist es eigentlich persönlich egal, je nachdem, wie es euch begehrt. Ähm, haut rein Leute und äh, Marte! Ähm, haut rein Leute und äh, Marte!